Ja hallo, meine Lieben, ich hab eine super geniale Ankündigung zu machen, ich hab eine völlig brandneue Show für MabacherTV, okay, sie ist noch brandneu hier auf dem YouTube-Kanal, sie gibt es nämlich schon auf Facebook, aber da wird euch jetzt mein Kollege was dazu erzählen. Hallo Martin. Hallo Martin. Jetzt machen wir es ja schon ein paar Wochen, oder? Genau. Und was machen wir denn überhaupt? Schlagzeilenrevue. Genau. Und was ist die Schlagzeilenrevue? Die besten Nachrichten aus der besten Zeitung der Heute, aus Wien. Genau. Für wenige, die es nicht wissen, die Heute ist eine Gratis-Zeitung in Österreich, gibt es in Wien, Oberösterreich, Nein, Wien, Niederösterreich und Burgenland, und heute ist es ein klassisches, gratis, aber nicht umsonst. Genau. Die wichtigsten Nachrichten des Landes und der Welt in kürzester Form, knackig, und vor allem äußerst handlich. Und wir toppen das noch, wir komprimieren für euch eine Woche in einer kurzen Folge. Und die werdet ihr sehen, jeden Sonntag, parallel auf Facebook und hier auf YouTube, ab jetzt, und damit ihr hier richtig reinkommt in den Flow, gibt es ab jetzt, für die ganze Woche, jeden Tag, 18 Uhr, eine Folge, die schon gelaufen ist auf Facebook, für euch zum Maxim. Damit ihr ein bisschen in den Groove reinkommt, der Schlagzeilenrevue. Oder? Genauso machen wir es. Passt. Also reinschauen, immer sonntags, 18 Uhr, und jetzt zum Start, jeden Tag, 18 Uhr, abends. Die Schlagzeilenrevue. Danke, und weitersagen, abonnieren und liken, gell? Hey warte mal da, wer bist denn du überhaupt? Das haben wir noch gar nicht gesagt, gell? Also ich bin der Martin, wer bist du? Martin. Okay. Aber was machst du? Ich bin Journalist in Wien. Wunderbar. Das heißt, du bringst die Qualität. Ich probier's. Ich bin Journalist in Wien.